was geht ab hier der typ im anzug ich bin cringe aus der vergangenheit ich bin der cringe aus der gegenwart ist jetzt im urlaub dieses video scheinbar das war jetzt nicht extra flirten lernen wir ein bisschen romantisch romantisch hier tipps wie du als man besser flirten lernen kannst beziehungsweise wie du es schaffst dass die frau dich wirklich anhimmelt dass ihre augen glänzen und dass sie einfach nur die ganze zeit lacht und ich toll findet und am liebsten dir die telefonnummer aufs auge drücken und mit ihr nach hause gehen will so ist es das mein ziel für dich denn hey ganz ehrlich vielleicht bist du ja einer von den jutsch die jetzt gerade bei youtube eingegeben haben immer diese juts wieso sagt immer juts du kann man als mann flirten lernen dann bist du hier genau richtig denn ich war früher selber jemand der einfach nicht verstanden hat wie kann man eigentlich richtig flirten machen für mich war das ein richtiges mysterium ich habe andere typen gesehen die haben noch nicht mal gut ausgesehen die sahen auch nicht aus als hätten irgendwie cash oder so die haben mit frauen gesprochen und haben die frauen einfach die ganze zeit nur glänzende augen gehabt als also du hättest echt in einem anime zu den augen nicht größere augen zeichen können als das im endeffekt im echten leben war haben die die ganze zeit angefasst haben gelacht war total interessiert haben versucht eben die telefonnummer aufzudrängen und sind dann mit denen wirklich schon haben sich den aufgedrängt um mit den nach hause zu gehen und wenn ich mit frauen gesprochen habe dann war das immer irgendwie so ein langweiliges fucking infogespräch und das war wie sich diese vier tipps die ich dir jetzt mitgeben werde unter anderem verstanden habe und dann endlich kapiert habe wie das ganze geht und by the way das ist jetzt gerade der richtige zeitpunkt um diesen kanal zu abonnieren also um da unten marketing tipps abliegen ergebnis von elf jahren geworden sind macht eben die vier besten tipps um flirten zu lernen tipp nummer eins ist du musst erst mal verstehen wann ist es eigentlich angebracht zu flirten denn das problem bei den meisten kerlen warum sie es nicht lernen ist das dass sie gar nicht wissen wann kann ich mit einer frau flirten oder wann macht überhaupt sinn und eigentlich macht es so immer sinn oder nicht wann ende das ist einfach nur in einer komischen schwierigen und weirden situation und ich kann dir sagen es gibt sehr sehr eindeutige signale die frauen senden wann es angebracht ist zu flirten und zwar wenn die frau dich zum beispiel die ganze zeit anschaut sie kann ich aufhörlich anzuschauen das kann sein dass es im gespräch ist es kann aber auch sein dass es einfach nur jemand ist der von der ferne wieder zu dir rüber guckt immer wieder diesen blick mit dir sucht ja das ist ein sehr sehr eindeutiges signal das nächste signal was es gibt ist einfach die frau lächelt die ganze zeit sie redet mit ihr sie kann aber die aufhören zu lächeln ja das ist so ein bisschen wie der nerds der total verliebt in die ballkönigin ist und dann die ganze zeit sie nur angrenzen kann man damit ihr spricht bei frauen ist das genau das gleiche wenn die frau die ganze zeit übertrieben am lächeln ist während du mit ihr sprichst ist das ein eindeutiges signal und es wird zeit zu flirten drittens wenn die frau ist das ist das gut wenn alle frauen mich an lächeln also egal machen wir weiter machen wir weiter einfach die ganze zeit an ihren klamotten herumzupft wenn sie irgendwie immer die ganze zeit alles versucht an sich zu richten was da an ihr dran ist dann ist das ebenfalls ein sehr sehr eindeutiges signal und es ist auf jeden fall zeit wird weil die auf jeden fall sehr sehr wahrscheinlich auf die steht und zudem ist es so wenn die frau einfach von sich aus wenn du sie noch gar nicht kennst versucht mit dir ein gespräch anzufangen selbst wenn es der dümmste vorwand ist so hey hast du mal feuer oder hey weißt du wie spät es ist das ist fast immer ein signal wo die frau dich darauf versucht hinzuweisen so hey ich bin dann die interessiert aber ich kann das nicht machen wegen meiner rolle als frau in der gesellschaft du bist der mann du musst jetzt quasi die initiative ergreifen das ist im prinzip ein signal ebenfalls wo du weißt okay da soll ich jetzt definitiv flirten was ist wenn sie wirklich ein feuer will das letzte signal ist einfach nur das wenn sie ein bisschen zu viel über deine scherze lacht und alles was du sagst viel viel witziger findet als es eigentlich ist dann ist das ebenfalls ein signal wo du weißt okay die ist nicht einfach nur nett sie versucht verdammt nochmal zu flirten tipp nummer zwei ich bin einfach nur eine lachnummer ist mach nicht das was die meisten männer tun nämlich versuche nicht die frau durch deine beste seite zu beeindrucken versucht sie nicht naja das ist ob ich bin 28 bin baumeister ja und recht nicht diese ganze versuch dieser ganze versuch sich positiv darzustellen merke sei du selbst denn nämlich ich bin so wie alle anderen sondern du bist dann tatsächlich derjenige in sie wirklich für sie von sich überzeugen will den sie von sich begeistern will und das macht ihn einen ultimativen unterschied tipp nummer drei ist gestaltet den flirt tatsächlich lebendig das heißt es gibt einen verdammt großen unterschied zwischen einem blog gestaltet ein flirt tatsächlich wenn ich hatte auch da drauf gehört tatsächlich lebendig das heißt es gibt einen verdammt großen unterschied zwischen einem bloßen info austausch und einem echten flirt ein info austausch ist einfach nur ein gespräch wo nichts anderes passiert außer ihr sprecht über irgendein thema und du hast die ganze zeit das gefühl von irgendwie ist das mega langweilig ich würde am liebsten hier gerade weggehen und die frau spürt genau dasselbe was du spürst und ein flirt ist das wo du dir in dem moment denkst man ich liebe es wenn sie mich so anschaut und wo sie sich denkt oh mein gott ich liebe es wenn er mich gerade so auf den arm nimmt und wie schaffst du es dass tatsächlich ein flirt wirklich lebendig ist und es ist nicht ein bloßer info austausch ist wie bei den meisten männern relativ simpel das kann man ebenfalls wie alles im flirten lernen und zwar du musst dafür sorgen dass du eben nicht den fehler macht den die meisten männer machen die meisten männer machen einfach folgendes wenn wenn sie mit einer frau reden zum beispiel hey was arbeitest du dann sagt die frau ich arbeite bei mercedes dann heißt es mercedes ja ist ja auch eine große firma und cool ja die haben ja auch tolle autos und wenn er jetzt wieder dieses beispiel mit dem kugelschreiber bringt gar nicht so schlecht da verdient man ja auch gar nicht so verkehrt merkt man das stark dass bmw jetzt gerade in die konkurrenz geht und so weiter so das ist mega langweilig warum ist das mega langweilig das ist deswegen so in so super uninteressant und langweilig weil es ein einfacher informations austausch ist das heißt es geht wirklich um dieses thema was du im flirte aber immer tun muss es folgendes du solltest das thema nur benutzen um über die frau zu sprechen lass uns das gleiche beispiel noch einmal aufgreifen die frau sagt hey ich arbeite bei mercedes dann kannst du sagen gibst du das machst du das nur weil du so einen geilen firmenwagen haben wolltest dann sagt sie ja ja das stimmt oder dann sagst du sowas wie der ok dann wirst du wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht verdienen das heißt auf jeden fall dass die drinks auf dich gehen dann wird sie auch wieder lachen und sagen so haha nein so gut verdiene ich auch wieder nicht und dann kannst du sagen ja komm gibst du gibst du was für einen firmenwagen hast du warum ist das ein ganz anderes viel okay er hat nicht das mit dem kugelschreiber gebracht okay alles cool ja ja es ist eigentlich echt cool und dann wird sie auch oder hey komm und dann nimmst du sie in den arm das ist deswegen so interessant merkt euch das falls ihr da interessiert also der typ scheint schon so erfahrungen zu haben aber verstellt euch nicht zu sehr verstellt euch nicht zu sehr ihr seid meine cringe army ihr seid sowieso wertvoller als ihr denkt du bist der beste typ den ich heute getroffen habe und dass sie dich die ganze zeit anstrahlt und anfassen will und eben wie gesagt die telefonnummer aufs auge drücken will mit ihr nach hause gehen möchte das ist genau dieser unterschied wenn du das alles richtig machst dann hast du es wirklich verstanden und alles was du dann noch brauchst ist der vierte tipp nämlich berührungen bewusst einsetzen die meisten männer denken sich in dem flirt ich muss auf jeden fall möglichst auf distanz bleiben oder manche sind auch eher so darauf dass sie dann die ganze zeit denken ich muss die frau bei jeder möglichkeit oder bei jeder gelegenheit begrapschen weil ich weiß was er sagen will deswegen sagte cringe euch das jetzt einfach also wenn wenn man äh versehentliche berührungen nutzt ist das ziemlich ziemlich wichtig ziemlich richtig zum beispiel vor sagt doch sagt doch warum bist du eigentlich hier ne das ist die erste versehentliche berührung und dann so wenn sie über sich erzählt einfach ein bisschen schulter anfassen sagen so erstmal so auf braun mäßig ne erstmal so berühren als wäre sie ein braun nicht zu heftig ich weiß nicht wie ihr eure bros berührt deswegen passt da lieber auch und ihr könnt die berührungen immer steigern irgendwann können aus versehentlichen berührungen absichtliche berührungen werden und dann kommt auch etwas von ihr dann läuft alles von alleine woher ich das weiß ich war mal ich war mal ich war mal in einem see schwimmen und das wasser hat mit mir gesprochen das war tag 1 cringe und ciao ciao ich war mal in meinem ich war mal im Vielen Dank.